Wenn ich Schachspieler frage, wie sie denn ihr Schach trainieren, erhalte ich eigentlich meistens die gleichen zwei Antworten. Eröffnungen und Endspiel. Und wenn ich dann frage, was denn mit dem Mittelspiel ist, sagen die meisten, dass sie gar nicht wissen, wie sie das überhaupt trainieren können. Und das halte ich für ein ernstes Problem. Und genau deswegen bin ich heute mit diesem Video hier für euch und möchte euch einen kleinen Aspekt von Mittelspielstrategie beibringen, nämlich Bauernstrukturen und insbesondere die Solani-Struktur. Und worum ausgerechnet Bauernstrukturen? Naja, wie ihr sehen werdet, lässt sich anhand der Bauernstruktur vor allem was Planfindung und verschiedene Ideenentstellungen sehr, sehr viel ableiten. Und zumindest so ein grobes Verständnis für die Stellung kann man anhand von Bauernstrukturen sich erschließen. In dem Sinne hoffe ich wirklich von Herzen, dass euch das Video hilft, schachlich, und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, was ist denn überhaupt eine Solani-Struktur? Und das ist das, was ihr hier am Bildschirm schon seht. Die Solani-Struktur ist mehr oder weniger, zeichnet sich dadurch aus, dass Weiß eben einen einzelnen Bauern hat, meistens im Zentrum und meistens auf D4. Die Darmflügelbauern sind meistens hier, wie ihr seht, gleich. Und Weiß hat drei Flügel am Königsflügel, drei Bauern und Schwarz hat diese Vierer-Kette. Das heißt, Weiß hat drei Bauerninseln und Schwarz nur zwei. Genau. Das ist erstmal jetzt die Solani, ist weder für Weiß oder für Schwarz unbedingt gut oder schlecht, sondern daraus ergeben sich einfach dynamische Pläne für beide Seiten. Und es ist, glaube ich, für euch extrem hilfreich, wenn ihr diese Pläne grundlegend kennt. Fangen wir mit den schwarzen Plänen an, weil die dann erstmal leichter zu erklären. Denn dieser Isolani, wie ich schon gesagt, diese Struktur ist weder gut noch schlecht, allerdings natürlich in dem Endspiel ist dieser Bauer eine Schwäche. Das heißt, ein klarer Plan von Schwarz ist es, einfach alle Figuren abzutauschen oder vor allem alle Leichtfiguren zu tauschen und dann in ein Schwerfiguren-Endspiel zu gehen. Insbesondere, was Schwarz unbedingt tauschen möchte, ist meistens der weiße Läufer, der entweder hier auf D3 oder auf C2 oder auf B1 steht, also irgendwo auf dieser Diagonale. Meistens sagen wir mal auf B1, weil dieser Läufer hier Druck auf den König macht. Da kommen wir gleich noch dazu, wenn wir die schwarzen Pläne erläutern. Deswegen, wenn Schwarz es schafft, hier diese Läufer hier abzutauschen, dann ist das auf jeden Fall immer schon sehr, sehr gut für Schwarz. Des Weiteren will Schwarz meistens einen Springer auf D5 stellen oder eine andere Blockadefigur. Allerdings sind Springer bekanntlicherweise die besten Blockadefiguren. Dieser Springer hier blockiert wichtige Felder oder kontrolliert wichtige Felder und hilft einfach Schwarz bei seinen anderen Plänen. Kommen wir zu den, das sind erstmal so die grundlegenden schwarzen Pläne. Natürlich gibt es noch mehr, aber erstmal die grundlegenden Pläne sind Figuren tauschen, in den Schwerfiguren-Endspiel gehen und eine Figur auf D5 stellen, am besten einen Springer. Ja, was sind die weißen Pläne? Und die weißen Pläne sind nämlich sehr, sehr anders. Weiß will natürlich eben keine Figuren tauschen, sondern den Königsangriff starten. Wir stellen hier mal einen schwarzen König hin. Denn was weiß versucht, ist ein Springer, der meistens hier auf F3 steht, erstmal nach E5 zu ziehen. Dann vielleicht Figuren hier auf dieser Diagonale zu stellen. Also ich baue jetzt hier nochmal das perfekte weißen Aufbau auf, dann hier matt zu drohen. Und Schwarz hat ja meistens einen Springer auf F6. Das heißt, der andere Läufer soll dann optimal auf G5 stehen, damit er hier schlagen kann und wir ihm abdrohen. Und die Türme stehen meistens auf C1 und E1. Jetzt kann ich den weißen König auch noch aufbauen, jetzt haben wir wirklich fast alle Figuren. Und die Idee ist einfach, hier einen Königsangriff zu starten. Eben entweder mit dieser Batterie hier, noch besser steht der Läufer hier, mit den beiden Türmen auf den halboffenen Linien oder hier auf der offenen Linie. Und der Läufer, der im richtigen Moment hier schlagen kann. Und auch eine Idee ist, Turm E3 oder dann Turm H3, einfach den Turm oder auch diesen Turm, wie wir in der dritten Reihe in die Stellung kriegen. Das ist so der weiße Angriffsplan. Und der andere Plan von Weiß ist, Klass die Figuren von Weiß mal am Brett, zur Veranschaulichung, im richtigen Moment auch den Bauern von D4 nach D5 zu ziehen und sozusagen diesen Solani aufzulösen und damit die Stellung zu öffnen. Könnt ihr vielleicht noch das Ganze ein bisschen anders veranschaulichen. Wenn Weiß nämlich im richtigen Moment hier D5 spielen kann, öffnet das die D-Linie, im besten Fall auch die E-Linie, wo unser Turm schon steht, und auch diese Diagonale hier meistens nochmal. Das heißt, wir können dann wieder auch den Läufer vielleicht auf diese Diagonale stellen und hier Druck machen. Außerdem tauschen wir diese potenzielle Schwäche, unsere Nisulani, hier ab. Okay, das wollte ich nicht. Genau, wir tauschen die ab. Und das ist meistens auch dann im richtigen Moment zumindest vorteilhaft bei uns. Ja, also auch nochmal die Weißenpläne zusammengefasst, einen Königsangriff zu starten und im richtigen Moment den Bauern nach D5 zu ziehen oder generell die Solani aufzulösen, um dann die Stellung zu öffnen und aktivere Figuren zu gehalten. Genau, das ist ja jetzt so viel zu den Plänen. Kommen wir jetzt ganz kurz dazu, aus welchen Eröffnungen diese Stellung oder solche Stellungstypen beispielsweise entstehen können. Und danach möchte ich euch anhand Beispielpartien zeigen, wie diese Pläne denn in der Realität aussehen können und versucht da ein bisschen euch daran entlangzuführen, um auch euch bei euren Plänen zu helfen. Ja, kommen wir jetzt dazu, aus welchen Eröffnungen eine Isulani-Struktur zum Beispiel entstehen kann. Da gibt es wirklich unzählige. Ich zeige euch jetzt mal drei Beispiele, zum Beispiel aus dem angenommenen Damengang mit. Das kann zum Beispiel so aussehen, wenn Weiß hier D4 spielt. Generell die Isulani-Strukturen entstehen meistens aus D4-Stellungen, können aber auch mit E4 entstehen, zum Beispiel mit Panoff. Das ist mein zweites Beispiel. Also Karokan-Panoff-Angriff. Hier zum Beispiel eben das angenommenen Damengang mit. Und jetzt hier, wenn ich einfach die Hauptvariante mehr oder weniger entlang gehe, sehen wir sehr schnell, dass wenn Weiß hier diesen Bauern schlägt und Schwarz es mit C5 anhebelt, dass sobald Schwarz hier schlägt, wir eine Isulani-Struktur haben, zum Beispiel jetzt hier nachher, wenn Schwarz hier direkt schlägt, E schlägt D4, haben wir diese Struktur, die ich gerade besprochen hatte am Anfang. Ihr seht, die Bauernstruktur ist exakt die gleiche wie am Anfang. Schwarz hat hier diese vier Bauern und Weiß hat hier eben diese drei Bauern und den einen Isulani. Mein zweites Beispiel ist jetzt eben der Panoff-Angriff. Wir haben also hier E4, C6, D4, D5, also hier Karokan und hier diese Variante, in der Weiß hier direkt mit C4 spielt. Ihr seht auch jetzt, sobald Schwarz hier schlägt, haben wir wieder die Isulani-Struktur. Meistens schlägt Schwarz hier aber nicht direkt, sondern entwickelt sich erst noch weiter oder deckt diesen Bauern erstmal. Hier zum Beispiel. Und hier läuft bei Vierenrecht auch relativ häufige Variante hier gesehen. Und nach Schlägt und jetzt Springer schlägt, haben wir auch hier die Isulani-Struktur. Also wieder auch, wenn ihr euch nur die Bauern vorstellt, exakt die gleiche Struktur, wie wir sie zuvor gesehen haben. Hier kann zum Beispiel Läuferle 2 geschehen. Und ja, wir haben diese Strukturen und die Pläne, die ich euch bereits erwähnt habe, gelten hier natürlich auch. Und die werde ich gleich in ein paar Beispiele verziehen, noch weiter verdeutlichen. Davor zeige ich euch aber noch eine Eröffnungsvariante, aus der eben genau diese Struktur entstehen kann. Ich will euch einfach nur zeigen, dass das wirklich eine häufige Struktur ist, die ihr auch bestimmt von jeder Seite aus, sei es jetzt, weil ihr D4-Spieler seid oder Darmgarn-Witzspieler seid und wenn euer Gegner zum Beispiel angenommenes Darmgarn mitspielt, könnt ihr diese Struktur erhalten. Oder wenn ihr Karokan-Spieler seid, sozusagen, egal was ihr spielt, es gibt eigentlich in jeder Eröffnung immer Varianten, in denen sowas vorkommt. Deswegen ist es wichtig, sich hier auszukennen. Ja, und hier noch ein drittes Beispiel und zwar kann diese Eröffnung auch aus Nimzo-Indisch sogar vorkommen. Wenn wir uns das hier mal angucken, wir haben hier ganz normales Nimzo-Indisch gegen Darmgarn mit mit E3 und nach C5 Springer F3 und eben normalen Entwicklungszügen, wie ihr hier seht. Wenn Schwarz auch hier wieder, also immer wenn Schwarz mit C5 früh auf D4 tauscht und danach selbst D5 spielt, seht ihr auch hier wieder, sobald Schwarz hier schlägt, haben wir wieder eine Isolani-Struktur, zum Beispiel Rochade und jetzt haben wir hier wieder eine Isolani-Struktur. Wieder exakt das Gleiche, was ich euch gezeigt habe. Deswegen, ihr seht, diese Struktur kommt wirklich aus vielen Eröffnungen vor und die Pläne sind deswegen umso wichtiger. Und dazu kommen wir jetzt. Anfangen möchte ich mit einer Partie zwischen Barcourt und Eduard und in dieser Partie möchte ich euch vor allem veranschaulichen die weißen Pläne. Vor allem den Plan mit dem Königsangriff und zwar, das hier ist mehr oder weniger die Ausgangsstellung. Die Eröffnung ist jetzt nicht relativ interessant, es war angenommenes Damenambit. Und wir sehen hier wieder die Struktur. Weiß hat hier diesen Isolani-Bauern auf D4 und Schwarz hat eben diese vier Bauern hier dagegen. Und diese Partie veranschaulicht wirklich sehr, sehr schön die weißen Angriffspläne und diese ständige Drohung und irgendwann auch Ausführung von diesem D5-Hebel. Und es ist außerdem möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass in diesen Isolani-Stellungen, die unglaublich dynamisch sind, ihr wirklich sehr genau rechnen müsst und nicht einfach nur blind nach Plänen spielen müsst, sondern wirklich konkret rechnen müsst, ob das klappt, was ihr tun wollt. Fangen wir also an. Und zwar hier spielt Schwarz zunächst extrem gut mit Springer A5, greift diesen Läufer an. Und wir wissen die Pläne, vor allem dieser Läufer hier ist natürlich unglaublich wichtig für den weißen Königsangriff, deswegen klar Läufer C2. Der Läufer wird behalten. Hier im Springer C4 greift jetzt die Dame und den Bauern an und Dame E2. Und hier hätte Schwarz vielleicht eher eben wie ich gerade meinte konkret rechnen sollen und hätte sich vielleicht dazu entscheiden sollen hier zu schlagen. Denn wenn Schwarz hier schlägt, okay gut, weiß muss erstmal beweisen, warum er diesen Bauern geopfert hat, denn Turm B1 ist nicht wirklich gut wegen Turm C8. Und jetzt wird hier die C-Linie zu schwach und weil das hier ist einfach nicht sonderlich gut für weiß, diese Stellung, jetzt hat er einfach diese Isolani und der Turm ist zu aktiv. Also wenn ihr die Isolani habt, wollt ihr möglichst selbst aktiv stehen und eher dem Gegner wenig Aktivität erlauben. Deswegen hier nach Springer Schlag B2 wäre aber vermutlich das Beste gewesen, einfach hier den Bauern sich sofort zurückzuholen. Man wäre vielleicht in diese Stellung gekommen, die vermutlich komplett ausgeglichen ist, weiß hat jetzt hier Druck auf der B-Linie, Isolani ist immer noch schwach und der weiße Königsangriff ist wahrscheinlich weg, allerdings hat weiß dafür jetzt genug Kompensation auf der B-Linie, der Turm steht gut und generell soll das hier einfach Ausgleich sein. Spaß allerdings spielt der Turm C8, an sich kein Fehler, allerdings macht das das Spiel jetzt für weiß ein bisschen angenehmer. Und jetzt kommt Läufer B3, die Dame deckt es wieder den Bauern und der Läufer bedroht jetzt hier den Springer, der muss also weg oder muss gedeckt werden, Springer B5 und jetzt sehen wir den typischen weißen Angriffsplan in der Ausführung, Springer E5. Wie ich bereits gesagt habe am Anfang, der Läufer auf G5 bedroht immer diesen Springer, der Springer auf E5 steht perfekt und wir werden jetzt langsam hier unsere Figuren auf optimale Felder stellen. Hier spielt Schwarzspringer B6, will jetzt, wie auch der schwarze Plan, den Springer auf D5 stellen und immer diesen D5-Hebel verhindern. Wenn Schwarz hier zum Beispiel schlägt, das ist einfach sehr, sehr schlecht und jetzt schlagen wir so, lösen die Solanistruktur auf und haben jetzt einfach eine bessere Stellung mit diesem aktiven Turm auf der D-Linie mit den beiden Läufern, die in die schwarze Stellung gucken, das wäre einfach klar besser für weiß. Deswegen hier Springer B6 und Turm E1. Weiß zielt also wirklich erstmal alle Figuren auf perfekte Felder mit dem H6 und hier beginnt schon jetzt wirklich die Magie, denn hier opfert weiß den Läufer. Weiß muss das Ganze nicht machen, der Läufer ist zwar gut, allerdings eventuell noch ein Ticken stärker ist Läufer H4, denn der Punkt ist schwarz, die schwarze, es ist nicht leicht für schwarz hier sich diesen Druck, den man schon ausgesetzt ist, sich hier zu lösen. Wir sehen hier, die Schwerfiguren von Weiß sind alle perfekt platziert und es droht immer dieser D5-Hebel, der einfach die D-Linie öffnet und dann gerät schwarz wirklich in Schwierigkeiten. Zum Beispiel Springer D5 ist gar nicht so gut, wegen Springer D5, Springer D5, denn irgendwie hier Läufer H4 geht leider nicht, wegen Springer schlägt B6, Dame schlägt B6 und Springer D7 und wir gewinnen ganz viel Material. Das heißt, hier müsste schwarz hier zurückschlagen und nach Läufer schlägt D5 und Läufer schlägt H4. Hier haben wir Läufer B7, das ist eine recht lange Variante, aber ich meinte auch, wie gesagt, Rechnung ist sehr wichtig und nach Turm B8 der Schlüsselzug Läufer C6 und jetzt, ja, schwarz kann hier natürlich nicht schlagen, wegen dieser Springergabel, muss also mit seinem Läufer weggehen, weil der ist bedroht und jetzt haben wir unter perfekten Umständen hier diesen D5-Hebel wiederbekommen, unsere Figuren stehen perfekt dafür und weiß sollte auf jeden Fall Vorurteile haben. Genau, bei Groschen schaltet sich hier allerdings Läufer schlägt H6, auch kein schlechter Zug, schwarz muss das Opfer annehmen und jetzt sehen wir eben in Perfektion, wie der weiße Angriff denn ausgeführt werden soll. Auch wichtig zu sagen, eben dieser Läufer ist der, eigentlich immer der entscheidendere, dieser schwarzfüllige Läufer wird meistens eben Mpd auf F6 getauscht oder geopfert, wichtig ist, dass dieser Läufer hier immer überlebt, denn das ist wirklich der Star in der weißen Stellung. Genau, gemeinsam mit dem Springer hier. Wir haben jetzt Turm D3, also wir sehen hier, der Turm kommt hier rüber auf den König, König A8, König geht aus dem Weg und da mit D2 droht jetzt hier den Bauern und der einzige Weg für schwarz, das zu decken, ist Springer G8 und jetzt sehen wir schon, dass irgendwie die schwarzen Figuren sich hier hinten sehr passiv zusammenstellen müssen und die weißen Figuren allerdings alle wirklich schon perfekt hier stehen und hier könnt ihr mal überlegen, was hier mit weiß vermutlich der richtige Zug sein würde, strategisch gesehen, wenn du kurz nachdenken hier, genau, denn hier sollte weiß und was wurde auch gemacht, D5 spielen. Hier ist der perfekte Moment wieder gekommen, unsere Schwerfiguren stehen richtig, unser Läufer auf dieser Diagonale muss endlich auch befreit werden, denn das ist hier auch was, was dieser Zug D5 macht, befreit den Läufer hier und damit entfalten sich einfach alle weißen Figuren. Wir haben Springer C4, wenn Schwarz hier zum Beispiel schlägt, schlagen wir zurück und einfach, keine Ahnung, Schwarz hat hier Riesenprobleme, kann hier zum Beispiel natürlich gar nicht mehr schlagen, wegen Turm schlägt der 5 und jetzt bekommen wir die Figur einfach komplett umsonst zurück, wegen dieser Fesselung, die Figur ist dreimal angegriffen und einmal gedeckt, das heißt, Schwarz spielt hier stattdessen Springer C4, ein guter Zug, blockiert hier eben jetzt den Läufer und Weiß muss wieder sehr konkret sein. Ich meinte ja, den Läufer wollen wir eigentlich nicht abgeben, allerdings, wenn man hier konkret rechnet, hat Weiß hier nichts Besseres, schlägt hier also raus und nach B schlägt C4 kommt Turm D4. Greift also diesen Bauern an, allerdings will er auch einfach den Turm hier auf irgendein Feld stellen, wo er jemals hingehören wird und die Stellung ist objektiv ausgeglichen, Weiß hat zwar eine Figur zu wenig, allerdings ist der Angriff von Weiß zu gut und die Figuren hier hinten stehen zu passiv, allerdings hat Schwarz hier nur einen wirklichen Zug, der Ausgleich hält und das wäre Dame E8 gewesen, der wurde nicht gefunden und hier wäre es zum Beispiel weitergegangen mit zum Beispiel Springer E4, E schlägt und Turm schlägt und wir sehen, Schwarz hat zwar eine Figur mehr, allerdings die Türme von Weiß stehen perfekt, die Springer stehen unglaublich mächtig und es ist immer noch sehr, sehr schwer für Schwarz das zusammenzuhalten. Allerdings hier in Zeitnot spielt der Schwarz dann zu Gläufer C5 und der verliert leider jetzt sofort die Partie, mehr oder weniger nach D schlägt die 6 nämlich und Weiß hat also hier noch einen Turm oder eine Qualität ist aber ganz egal, weil wir hier eine Figur zurückbekommen hier kommt Dame F6 Problem für Schwarz ist, wenn Schwarz hier zum Beispiel so schlägt kommt immer Springer schlägt F7 mit einem Doppelschach und wir gewinnen hier einfach die Dame deswegen kann Schwarz das nicht machen das hat er wahrscheinlich übersehen gehabt spielt hier deswegen Dame F6 muss irgendwie diese Diagonale schützen vor der Dame jetzt gewinnt Weiß jeweils Material zurück und nach Turm C8 hier sehr, sehr schön gemacht Turm E3 jetzt ganz klar der Plan von Weiß diese Dame wenn diese Dame von der Diagonale hier vertrieben wird dann gewinnt Weiß hier sofort mit irgendwelchen Springerabzügen deswegen Turm F3 will die Dame vertreiben und dann die Partie gewinnen und es gibt nichts was Schwarz dagegen tun kann Schwarz spielt hier noch Springer E7 und nach Turm F3 allerdings kommt Springer C6 hier also noch der einzige letzte Versuch hier hofft auf hofft auf dieses Endspiel hier allerdings ist auch das für Weiß gewonnen aber Bacroix finischt das hier noch sauberer mit Springer steckt F7 und hier gab Schwarz schließlich auf denn nach es gibt es hier Schach der einzige Zug für Schwarz ist hier zu schlagen denn nach König H7 und dann macht die Dame und es wird matt in drei Zügen deswegen noch Turm schlägt und diesem Damentausch ist dieses Endspiel einfach total gewonnen für Weiß der Springer ist bedroht der Bauer ist mit Schach bedroht der Bauer dahinter auch das ist einfach leicht gewonnen für Weiß ja ihr seht also in dieser Partie sehr sehr schön das weiße Angriffspotenzial am Königsflügel verbunden mit dem Läuferoppaar auf H6 wenn wir uns das mal angucken obwohl dann auch Läufer 4 eine gute Alternative gewesen wäre also hier habt ihr eben beides gute Option ihr habt sehr schön gesehen wie dieser Springer nach E5 da perfekt stand eventuell sogar auf F7 reinschlagen konnte später ihr habt diesen D5 Hebel gesehen und ihr habt auch den Turm das Turmmanöver von D3 nach H3 gesehen sogar der andere Turm kam auch noch über E3 dann ins Spiel also hier wirklich die perfekte Beispielpartie um die weißen Pläne zu veranschaulichen kommen wir jetzt zu einer zweiten Beispielpartie zwischen Kornayev und Kasimdjanow und in der Partie zeige ich euch die schwarzen Pläne eben die Solanistrukturen und wenn wir uns die Stellung mal angucken sehen wir schon alle Leichtfiguren sind getauscht jetzt könnt ihr mal überlegen ob das jetzt für wen das gut oder schlecht ist und ja natürlich ist es für Schwarz gut denn wie ich bereits gesagt habe im Endspiel ist dieser Isolanisch schwach und vor allem gegen Schwerfiguren denn Schwerfiguren können die Bauern meistens nur so passiv von hinten decken wie wir es hier sehen Schwarz dagegen kann sie aktiv angreifen der Punkt ist aber natürlich sieht man hier dass eben dann Schwarz vielleicht leicht besser steht aber wie man das Ganze jetzt ausnutzen kann ist extrem instruktiv und das möchte ich euch zeigen denn wir sehen hier weiß hat eine Schwäche und jetzt nutzt jetzt nutzt Schwarz das Prinzip der zwei Schwächen aus denn eine Schwäche reicht meistens nicht zu gewinnen sondern man braucht zwei Schwächen und wie Schwarz hier eben eine zweite Schwäche kreiert zeige ich euch jetzt wir fangen hier an mit Weiß spielt B4 wird irgendwann notwendig denn sonst spielt Schwarz irgendwann C5 und gewinnt diesen Bauern wegen dieser Fesslung deswegen B4 wir haben damit D8 und allein jetzt sehen wir schon eben die beiden Schwerfiguren greifen den Bauern von vorne an währenddessen die anderen weißen Figuren den Bauern nur passiv von hinten decken können wir haben A3 und jetzt sehr sehr instruktiv auch Schwarzer die alle Zeit der Welt die weißen Figuren können sowieso nichts machen vor allem im Schwerfiguren-Endspiel das ist der Punkt können diese Figuren sowieso nur den Bauern decken deswegen verbessert Schwarz seine Stellung so weit es nur geht spielt H5 erobert also noch mehr Raum am Königsflügel Dame F4 und G6 auch das könnt ihr euch merken dieser Aufbau hier ist eben im Endspiel meistens der beste hier diese drei diese Formation hier der König dazwischen auf G7 und so holt sich Schwarz eben noch mehr Raum am Königsflügel und kontrolliert hier irgendwie auch die Felder wir haben Dame E5 Turm D5 vertreibt die Dame wieder in den letzten fünf Zügen hier lustig rumgezogen und wir haben hier schon Fortschritt gemacht dem König G1 weiß es bringt seinen König näher ran und jetzt eben das Prinzip der zwei Schwächen hier ist Einbauer schwach und wir spielen A5 wollen hier also jetzt noch eine zweite Schwäche kreieren denn zwei Schwächen reichen eben meistens zum Gewinn und hier haben wir mit Abstand der beste Versuch aber auch was Menschen oft schwerfällt die Stellung zu verteidigen mit B schlägt A5 gewesen typischer Computerzug für Mensch sehr schwer zu spielen denn jetzt spielen wir hier zum Beispiel Dame schlägt jetzt hat Weiß zwar auch zwei Schwächen allerdings hat war Schwarz jetzt hier auch eine auf B7 zum Beispiel Turm D3 deckte erstmal den Bauern Dame D8 um ihn wieder anzugreifen und Turm B3 und nach jetzt ist eben hier der unser wir können jetzt zwar hier schlagen aber dann nach Dame E5 schach gewinnt Schwarz Weiß diesen Bauern dann ist es auch unentschieden und nach Turm B3 und B5 kann Weiß B4 spielen und jetzt sehen wir schon hat Weiß einiges erreicht seine beiden Figuren decken den Bauern nicht mehr von hinten sondern irgendwie von der Seite das ist schon mal viel aktiver und Weiß hat immer vielleicht die Möglichkeit irgendwie mit A4 hier diesen Bauern anzuhebeln und dann ist es auch völlig ausgeglichen das wäre also wahrscheinlich hier der beste Weg gewesen für Weiß um Remit zu kämpfen allerdings kam hier König H1 also ihr seht Weiß gerade noch König G1 gespielt hat dann noch keine Züge spielt direkt wieder zurück und jetzt nach A schlägt A schlägt hat Schwarz genau das erreicht was wir haben wollen Weiß hat hier zwei Schwächen wir haben 0 denn die Bauern decken sich schön und das können wir jetzt gut ausnutzen jetzt kommt Dame E6 greift hier direkt den Bauern an Dame B1 und jetzt hier wichtig nicht die Partie einstellen mit Turm schlägt D4 denn jetzt nach Dame E1 sind wir auf einmal hier die Blöden wir können diesen Turm nicht decken und verlieren einfach die Partie deswegen manchen muss man sich auch noch ein bisschen gedulden erstmal Turm B5 greift die D-Bauern an Dame A1 auch hier das gleiche Spiel hier nicht vorherig diesen Bauern schlagen denn die Diagonale hier ist zu gefährlich zum Beispiel nach Dame schlägt B4 und D5 Schach sind es auf einmal wir die um Remit kämpfen müssen nach F6 und zum Beispiel DC6 BC6 und Turm D7 sehen wir schon unser König grete ganz schön unter Druck und Weiß hat hier auf jeden Fall genug Konversationen zum Beispiel König A6 der einzige wirkliche Zug Dame schlägt F6 und jetzt ist auf jeden Fall hier keine Chance mehr dass Schwarz die Partie irgendwann mal gewinnt unser König ist einfach viel zu schwach deswegen auch hier erstmal König A7 aus der Fesselung rausgehen Dame A2 bedroht diesen Bauern König G8 Dame Schach und hier hat der Schwarz vielleicht die Möglichkeit mit König G7 nach Dame A1 zurück vielleicht F6 zu spielen hier diese Diagonale so zu blockieren und jetzt eben die Bauern hier abzuholen wahrscheinlich wollte Schwarz das nicht machen weil auch das hier eben den König ein bisschen schwächt wäre allerdings völlig ausreichend gewesen denn die Dame die Weiße kommen sowieso nicht wirklich in Richtung von dem König Schwarz entschiedsicher war hier allerdings für Dame F8 was nicht ganz so präzise ist aber wahrscheinlich gut genug jetzt haben wir hier diesen Damentausch und hier auch ganz wichtig im Turmenspiel wir haben jetzt hier im Turmenspiel und das wichtigste Prinzip im Turmenspiel ist Aktivität Figurenaktivität und wir sehen unser Turm steht viel aktiver als der gegnerische und unser König kommt auch schneller ins Zentrum als der gegnerische und auch im Turmenspiel sagt man man braucht so zwei Faktoren die man besser hat als der Gegner also entweder zum Beispiel zwei Bauern mehr oder ein Mehrbauer und Aktivität reicht meistens auch und hier haben wir eben zwei Figuren mit Aktivität also vermutlich reicht das hier zum Gewinn aus wir haben Turm B1 deckt hier den Bauern und jetzt kommt eben unser König und wir sehen unser König ist viel schneller hier in der Mitte laufen hier alle mit dem König ran und jetzt ist der König hier eben schnell genug hier und endlich geht der B-Bauer verloren und hier hätte weiß wahrscheinlich noch die besten Remischancen gehabt mit Turm C1 Schach und jetzt nach zum Beispiel König schlägt B4 gewinnt Schwarz zwar diesen Bauern aber nach dem komischen Zug H4 ist auch nicht ganz klar zu verstehen warum das hier toll sein soll aber es verhindert einfach hier dass Schwarz seine Bauern noch weiter vorzieht und nach König B6 Turm A1 König B6 und Turm A8 kommt der weiße Turm zumindest nach hinten hinter die Bauern und weiß Schwarz hat zwar eben diesen Freibau hier der extrem stark ist muss allerdings noch beweisen dass er das gewinnen kann denn jetzt kommt der weiße König hier aktiv der Turm wird aktiv und vielleicht hat weiße noch bessere Remischancen in der Partie haben wir in dieser Stellung allerdings König E4 das hofft jetzt natürlich auf Turmschläge B4 denn jetzt würde vielleicht hier nach Turm C1 König B5 in irgendeiner Form der König hier reinkommen allerdings spielt Schwarz hier ganz sauber F5 Schach erstmal hält den König also zurück und steckt jetzt auf B4 und jetzt diese Stellung ist jetzt relativ leicht geworden als nächstes fällt dieser Bauer und die Bauern laufen hier nach vorne das brauchen wir uns nicht mehr angucken hier war einfach nur ganz wichtig euch zu zeigen aus der Ausgangsstellung heraus in der weiß eben jetzt diesen Isolani diesen schwachen Isolani hat wie Schwarz es geschafft hat eben dann die Stellung zu verbessern erstmal mit diesem Königsflügel die Bauern nach vorne ziehen erstmal so viel Raum wie nur möglich gewinnen und die Stellung so weit wie möglich zu verbessern bis Schwarz dann schließlich hier mit A5 die zweite Schwäche schafft am Darmflügel oder eigentlich egal wo einfach eine zweite Schwäche schafft und es dann in der Folge die diese beiden Schwächen angreift bis man eben dann ein gewonnenes Endspiel abwickeln kann ich hoffe ich hoffe wirklich von Herzen dass euch dieses Video geholfen hat und ihr jetzt Isolani Stellungen besser versteht und das für eure Partien direkt nutzen könnt ich würde mich extrem über euer Feedback freuen ob euch das Video erstens gefallen hat wie ihr generell Videos zu Mittelspiel Strategie und Bauernstrukturen findet was ihr euch in dieser Art vielleicht als neue Videos wünscht und wenn ihr das Ganze nicht verpassen wollt könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren in dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg beim Anwenden dieser Tipps und bis zum nächsten Mal